Hallihallo Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League! Wir sind mal wieder im Rank und haben hier schon ordentlich die Pumpe am Anfang, aber es ist kein Problem für uns. Wir haben das unter Kontrolle. Und Komm. So, jetzt machen wir den ganz langsam. Den lassen wir ganz langsam runterkommen. Und dann werden wir gerammt, weil das ist... Natürlich. Komm. Und weg damit. Können wir den machen, oder hat er den? Oh, wow. Okay. Loll, dass ich da den Boost bekomme vor ihm. Gibt meines Erachtens keinen Sinn. Aber ich sag nicht Nein zu 100 Boost. Respekt. Sehr guter Save. Äh, dazu kann ich nichts sagen. Guter Schuss. Ich sag mal, dass ich ihn hab, weil er jetzt nichts geschrieben hat. Dann ist Safety first. Okay, ganz, ganz langsam, mein Freund. Ja, nicht der Schuss ganz langsam. Eigentlich eine langsame Annahme. Ach, das scheiße. Also, ich hab momentan echt Schwierigkeiten einfach zu erkennen. Ich weiß aber nicht warum. Wann die Leute an Bälle gehen können. Oh, den könnte er machen mit ein bisschen Lack. Lack. Aber. Ich denk immer so, vom Tempo her. Also der da jetzt nicht, aber der gerade eben. Kann uns nicht mehr passen. Oder ganz am Anfang, als er mit dem Ball weggesnackt hat. Da denk ich immer, ne. Ne, ne, ne. Das schafft er nicht mehr. Und dann. Nice Troll. Ist er noch dran. Oh, 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 oh. Äh. Hoch nochmal. What the fuck. Ah, fuck den Atter. Aber. Vielleicht krieg ich den ein bisschen gepinched. Den könnte mein Maid eventuell gut kriegen. Das ist gut, das ist gut. Und. Ne, shit. Fuck. Shit's fucked, Jungs. Everybody knows shit's fucked. Okay, okay. We got this. Das wird ein Konter für uns. Ich seh es jetzt schon. Das. Das ist der Anfang. Ich sag dir das wird ein Konter für uns. Wenn ich sowas sage, Leute. Dann müsst ihr auch auf mich hören. Als würd ich sowas einfach so sagen. Aber der war ja. Der war schon. Gut geblockt und schlecht gemacht von ihm. Wobei ich nicht weiß, ob das daran lag, dass er in dieser Kuhle da unten war. Ich meine, er war nicht mehr da drin. Aber er hat nicht gerechtsklickt. Und dann. Das ist der größte Fehler, den man natürlich beim Blocken machen kann. Dann brauche ich euch ja nicht sagen. Ihr wisst das ja alle. Ihr seid ja eh alle über mir im Rank. Okay. Also ich fände es schön, wenn er zurückkommen würde, weil. Ich bei sowas zu 100% autoplade werde. Und ich dann mein Mate brauche. Die Gegner spielen mir etwas sehr, sehr komisch defensiv. Muss ich sagen. Fuck. Jetzt habe ich gedacht. Gerade eben hast du dir die ganze Zeit gedacht. Da kommst du nicht dran. Jetzt geh ich nicht dran. Weil den hätten sie bestimmt. Dann hätten sie den auf keinen Fall gehabt. Da kam sogar noch mein Mate hinter mir vorher dran. Bam. Nee, also das ist gerade nichts besonderes. Oh nein. Oh, wenn ich da nochmal. Fuck, so ein Wichser. Kann der nicht ins Tor fahren? Der könnte toxic werden. Äh, ich fahre mal ins Tor. Ich halte mich mal an meinen eigenen Beschwerden. Aber wer der da? Oh, da muss er. Wow. Den hat er nicht. Ach, da geh ich nicht dran. Okay, das ist aber alles noch nicht schlimm. Okay, den fahre ich rum. Oh. Shit. Also es war eigentlich gut für uns. Aber er hätte den nicht berührt. Also wäre er nicht hingegangen. Was mach ich da? Nice shot Klaus. Kappa Klaus. Hätte er da. Wäre er da nicht dran gegangen. Hätte ich ihn ganz anders nehmen können. Nee, ich bleib hinten. Und das. Und. Also das ist. Fehlentscheidung nach Fehlentscheidung. Von mir hier. Was mein. Movement angeht. So. Oh, der war. Der war ziemlich nice abgesprungen. Bin ich nicht so offensiv da drauf gefahren. Wer hätte ich den eventuell holen können. Mach mal ganz langsam. So. Ah fuck. Das ist schön. Der war nice. Ich habe keinen Boost. Mehr kann ich da gerade nicht machen. Aber den kann er holen. Ja. Oh. Ah man. Den muss ich über ihn bringen. Das war auch nicht so schwer. Schön. Nicht schön. Hab. Ne. Ich nehme alles zurück. War nicht schön. Ne. War. War ein knapp. Geben wir ihm einen knapp. Okay. Knapp da drauf. Komm mal. Der wär nicht. Der wär nicht. Also. Ich bin mir ziemlich sicher. Der wär nicht. Der wär nicht. schrecklich angst. Weil ich den nicht mache irgendwie. Ich weiß nicht. da zu müssen. Das muss man wirklich noch dazu sagen. Oh. Fuck. Ah. Das ist gut. Nochmal blocken. Den hat er nämlich nochmal. Ich brauch Boost. Achtung. Sehr schön. Dann muss ich ihm kurz mal vertrauen. Und wie man sieht. Kann man ihm das auch. Aber nicht mir. Da darf er keinen Fehler machen. Und mir vertrauen. Huh. Wow. Didn't expect that one. Das wär ein nettes Meister. Endgame gewesen. Wenn das Absicht gewesen wär. Das ist Zeit. Junge. Das ist einfach Zeit. Holy shit. Der war grotten. Grotten. Grottenschlecht. Aber. Das ist genau das. Was ich meine. Wenn man da dann ein bisschen die Aufregung hat. Was? Ja. Das ist jetzt unlucky. Da bin ich nicht da. Tut mir leid. Da kann ich nicht viel machen. Außer vorher von der Wand an schnell nicht abspringen. Ja. Der hat sich sehr viel Zeit gelassen. Er hat gedacht. Ha. Der Klaus hat gerade schon gewackelt. Dann sein Maid. Dann lass ich mir lieber. Die komplette Zeit. Ich hab nichts zu verlieren. Und rechts hat er ja. Was ich übrigens noch hier advertieren wollte. Advertisieren. Oh. Shit. Ist. Ähm. Ein. Das hier ist ja jetzt. Der 14.30 Slot. Auch wenn Rocket League die letzten zwei Wochen um 17.30 kommt. Aber das war ja nie was Festes. Auch wenn ich mir das. Generell so gedacht hab. Aber. Diese Woche wollte ich den 17.30 Slot in ein anderes Video machen. Wo ich sehr viel. Wirklich sehr viel Zeit reingeschränkt hab. Da ist ein 10 Sekunden Intro. Und das hat mich allein 6 bis 8 Stunden in Photoshop. Und nochmal 2 bis 3 Stunden in Adobe gekostet. Also. Falls ihr Lust hättet da rein zu gucken. Würde mich das freuen. Ich kann so viel schon mal vorab sagen. Es ist. Ein. 1 gegen 1 gegen Manuel dabei. In welchem Spiel oder so. Das verrate ich natürlich nicht. Sehr schöner Schuss. Ähm. Aber fänd ich cool. Wenn ihr da rein schauen würdet. Hab mir da sehr viel Mühe für gegeben. Das lustige ist. Ich bin sehr zufrieden. Für das. Was ich. Ähm. Machen konnte. In Anführungsstrichen. Mit den Sachen. Die ich gemacht hab. Ähm. Aber das lustige an sich ist. Auch das ganze Intro. Hätte noch so viel mehr Potenzial. Aber das wären. Für so. Richtig krasse. Kleinigkeiten. Nochmal so viel mehr Arbeit. Da. Ach du Scheiße. Weil ich am labern bin. Tut mir leid. Also den. Macht man normalerweise. Tut mir wirklich leid. Oh. Sehr schön. Ähm. Boom. Aber den hat der andere. Shit. Der war nicht fest genug. Aber das sind dann einfach so. Aber da ist einfach noch so voll viel Luft nach oben. Das finde ich einfach so krass. Weil ich es trotzdem sehr gut gelungen finde. Aber. Also nicht Luft nach oben. Das klingt ein bisschen falsch. Ähm. Wie ist das kein Safe? Aber. Viel mehr Spielraum um noch mehr einzubauen. Oh. Shit. Ja. Toll. Jetzt geht er nicht hin. Ich kann da nicht viel machen. Dann. Er hat da auch. Nicht so mit gerechnet. Okay. Der würde gehen. Wenn er nicht drankommt. Aber. Ist sehr unwahrscheinlich. Äh. Fuck. Okay. Da hätte ich drauf gekonnt. Oh nein. 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 Ich wollte den ganz langsam nehmen und dann an der Seite so hoch spielen. Oh shit. Oh Gott. Ich habe fast schon abgebrochen drauf zu fliegen. Okay. Okay. Das wäre sehr unlucky gewesen. Okay. Komm bitte nur ins Tor. Oder nimm. Ne. Komm bitte ins Tor. Okay. Dann mach den. Das ist auch gut. Ey. Alter. Mein Mate kann mal einfach vertrauen. Sag ich doch. So. Wow. Ich weiß nicht warum ich da rechts klick gedrückt habe. Ich wollte eigentlich boosten. Bäm. Aber mein Mate ist wieder hinten. Den hat er. Ein bisschen komisch wo der andere da gerade herkommt. Ja. Also das war sehr sehr schlecht von diesem Twix Jumper. Holy moly. Rage quit. Das war wirklich gar nicht gut. Also das hat man auch vorher gesehen. Naja. Naja. Dann bedanke ich mich fürs zugucken. Schaut sehr gerne noch ins 17.30 Uhr Video rein. Würde mich sehr freuen. Und bis dann. Tschüss.